Die Mohenbrauerei präsentiert das 4. Emser Oktoberfest auf Brezeln 2012. Nach drei ausverkauften Jahren in Folge steigt das 4. Emser Oktoberfest am 12. und 13. Oktober, bereits traditionell auch heuer wieder, am 2. Oktoberwochenende. Unverändert bleibt das Erfolgsrezept der Veranstaltung. Zünftige Livemusik trifft auf Jung und Alt, Marsbier wird mit Weißwürsten kredenzt und zahlreiche Programmpunkte sorgen an beiden Festtagen für 100% Stimmungsgarantie. Tischreservierungen und alle Informationen finden Sie auf www.oktoberfest.cc